Herzlich willkommen zu unserem Webinar Liquiditätsengpass managen. Mein Name ist Gerhard Remmerle und ich bin bei der IHK Schwaben gemeinsam mit meiner Kollegin Karin Breuer und meinem Kollegen Jürgen Wager Ansprechpartner für betriebswirtschaftliche Fragen. Ich stelle in den Chat nachher einen Link, da finden Sie Informationen und unsere Kontaktdaten. Und in diesem Chat dürfen Sie gerne Ihre Fragen stellen, die ich sammeln werde und im Anschluss an den Vortrag an unseren Referenten stellen werde. Und damit sind wir auch schon beim Thema Liquiditätsengpass managen. Unser Referent, Herr Oliver Primle, wird Ihnen aufbauend auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung sowohl aus dem Bankensektor als auch als selbstständiger Unternehmensberater in den nächsten 45-50 Minuten Anregungen geben, wie Sie durch eine strategische Herangehensweise durch diese ja recht herausfordernden Zeiten navigieren können. Und um ein Zitat aus seiner Präsentation zu bringen, das gefällt mir am besten, die Liquidität des Unternehmens ist wie das Blut für unseren Körper. Es muss störungsfrei fließen. Und wie Sie das störungsfrei fließen lassen, Ihr Blut, sprich Ihre Liquidität, das wird Ihnen der Herr Primle jetzt näher bringen. Herr Primle, Ihre Bühne. Schönen guten Morgen, Herr Remmele. Vielen Dank für die Einführung und die Anmoderation zu dem Thema, was ja schon aktuell auch in unserem Wirtschaftsleben brennt. Und somit ein paar Sätze zu mir. Wer steht heute vor Ihnen? Mein Name Oliver Primle, bin seit jetzt 16 Jahren freiberuflicher Unternehmensberater, habe am 1. Mai meine Unternehmensberatung gegründet und habe mich in dieser Zeit immer an der Liquiditätskette orientiert, also vom Start-up, die nicht an die Finanzmittel kommen über die eine oder andere knifflige Finanzierung, wo wir jetzt später darauf eingehen werden, bis in den Bereich, wo ich früher als Banker gearbeitet habe, Krise, Sanierung, Restrukturierung von Unternehmen. Das sind so ein paar Sätze zu mir. Die Kontaktdaten sind ja auf der Präsentation, das ja dann von der IHK entsprechend freigegeben wird, beziehungsweise auch das Seminar. Wenn der ein oder andere später einschaltet oder früher aufhören muss, es wird dann auch noch mal online gestellt. Das war die Agenda, die wir zusammen, der Herr Remmele und ich, erarbeitet haben. Griesen und was passiert jetzt? Warum brauchen wir eigentlich im Unternehmen eine Liquiditätsplanung? Müssen wir die vorhandenen Ressourcen, wie können wir die heben? Und ohne Strategie geht nichts. Da werde ich vom Anfang darauf mal eingehen. Dann haben wir das Riesenkomplex Finanzierung, Optimierung oder Ergänzen und dann auch die entsprechenden Stakeholder einbinden. Ich werde mir nicht Punkt für Punkt durch die Agenda hangeln, sondern das soll irgendwo für Sie praxisorientiert rüberkommen. Das eine oder andere werde ich immer mal von dem Praxisbeispiel hüpfen, durch die verschiedenen Punkte, ob wir Ihnen versuchen, in der zur Verfügung stehenden Zeit das möglichst praxisnah und für Sie auch vom Nutzen rüberbringen. Steigen wir gleich mal ein. Griesen frühzeitig erkennen. Wir haben eine alte Lebensweisheit und das heißt, jede Kette ist so stark wie Ihr schwächstes Glied und das merken aktuell viele Unternehmer an der Zuliefererkette, die schwächelt beziehungsweise die auch ausfällt. Das kann man natürlich im sicheren Umfeld. Gibt es unter Umständen einen kompletten Stillstand. Wir haben in unserer Region die Situation, wir sind maschinell top ausgestattet. Wir haben auf der anderen Seite volle Auftragsbücher, wir haben qualifizierte Mitarbeiter, aber das Material kommt nicht und somit müssen wir sich Gedanken machen, wie geht es denn im Unternehmen weiter und wie lange halten wir diesen einschränkenden Maßnahmen oder unter Umständen sogar den Stillstand durch. Also aktuell habe ich heute Morgen gelesen, bevor ich hier losgefahren bin aus dem Allgäu nach Augsburg, das IFO-Institut hat errechnet, dass die Lieferantenkette sich in Teilbereichen gegenüber dem Vormonat etwas verbessert hat, aber sie geht davon aus, dass nach wie vor drei Viertel der Unternehmen davon betroffen sind. Das heißt, dass wir auf Dauer damit rechnen müssen, dass diese Lieferantenketten entsprechend noch stocken. Also da keine Entwarnung heute von mir, sondern einfach der Tatsache ins Auge gucken. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle verschiedenen Krisen, die von auswärts kommen, also keine unternehmensgemachten Krisen mal darzustellen. Und manche Bereiche haben wir jetzt wieder mal ganz plötzlich neu. Die hat über viele Jahre hier drin und keinen hat es interessiert. Irgendwelche Sachen wie Krieg. Plötzlich haben wir seit sieben Wochen Krieg im Nachbarland Ukraine. Davon sind wir natürlich immer wieder betroffen. Wir haben Naturgewalten letztes Jahr gehabt im Arntal mit einem Ausmaß, was uns nicht bewusst war. Wir haben nach wie vor Personalrisiken. Das ist hier in dem Bereich, wo kann ich auch gleich drüber hüpfen. Vor drei, vier Jahren bei den Firmen, wo ich unterwegs war, da hieß es immer, Primle, haben Sie mal nicht noch einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin im Rucksack. Ich habe einen massiven Fachkräftemangel. Also mehr wollten die gar nicht hören und sagen, ich hätte so viele Aufträge und Material war zu der Zeit noch da. Hätten Sie mal nicht noch jemanden. Was auch immer wieder passieren kann von der Spedition im Allgäu, habe ich letzte Woche gehört. Die haben 300 polnische Fahrer mit dem Ergebnis, dass Polen ihre jungen Männer zum Militär einberuft und die Reserve aufstockt. Und das heißt, dass plötzlich innerhalb einer Woche 100 Männer von Polen abberufen werden zum Militär und bei denen stehen jetzt die LKWs. Also auch solche Personalrisiken gibt es. Die anderen Bereiche, da haben wir tagtäglich immer mit zu tun. Hier unten klassische Hackerangriffe. Natürlich fällt der eine oder andere aus. Also es gibt nicht nur Stockungen, sondern auch entsprechende Insolvenzen von Lieferanten beziehungsweise auch von wichtigen Kunden. Und diese Probleme kennen wir auch. Wer international handelt oder auch unser Staat, der hat aktuell Währungsrisiken mit der Bezahlung der Rohstoffe in Russland. Die einen wollen das gerne in Rubel und die anderen wollen es in Euro bezahlen. Und somit haben wir hier Risiken. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Weil wir ja oft von einer Krise in die nächste uns hangeln und sagen, ja wir hatten ja die Pandemie und das war ja irgendwas, wo uns eigentlich bisher noch nie bewusst war. Aber in einem guten Risikomanagement gehört einfach auch mal dazu, dass man sich mal die Gesamtrisiken anschaut und sagt, in welchem Markt tummel ich mich denn? Und wie kann ich mich hier auch entsprechend vor weiteren Risiken schützen? Das mal als Einstieg. Also schwere Zeiten für die Geschäftsleitung, für die Verantwortlichen, die im Risikomanagement sind und auch hier für ihr Unternehmen Lösungen suchen müssen. Das sind die Rückblick, mal Krisen frühzeitig erkennen, was haben wir in den letzten zwei, drei Jahren gemacht im Rahmen der Pandemie. Der Staat hat die Hände aufgehalten, beziehungsweise die Unternehmen, die Privatpersonen haben die Hände aufgehalten und der Staat hat gegeben. Es wurden Teile mit Liquidität überschüttet und ganz viele haben sich durchgehangelt und gesagt, ja, dann machen wir einfach mal als erstes Zuschussanträge für die Kurzarbeit. Wir schauen, dass wir die Corona-Hilfen entsprechend bekommen. Dann hat der Staat über die KfW Milliardenbeträge zur Verfügung gestellt mit so einem Schnellkredit mit 3% Zinsen über zehn Jahre. Da habe ich auch das eine oder andere mit den Unternehmen, die ich berate, in Anspruch genommen und gesagt, Liquidität, auch wenn man es aktuell noch nicht braucht. Wer weiß, was sich in einem halben Jahr oder im Jahr tut, wir beantragen und das kann man ja auch jederzeit wieder zurückbezahlen. Überbrückungshilfen. Wer hat mal angerufen und sagt, liebe Stadtwerke, liebes Finanzamt, liebe Krankenkassen und so weiter, könnt ihr mal eine Weile stunden. Das waren so für viele Unternehmen die Maßnahmen, um sich vor Liquiditätsengpässen zu schützen. Mein Fazit nach zwei Jahren, das ist bei dem einen oder anderen Unternehmen nicht genug gewesen. Weil alle, die hier den Bereich gestundet haben, die sind jetzt dran und sagen, liebe Leute, wir hätten jetzt das Geld ganz gerne. Und das heißt, jetzt, wo es wieder richtig anläuft, in der einen oder anderen Branche, sage ich mal, Hotellerie, Gastronomie, dann kommen die und sagen, also innerhalb einem Jahr hätten wir die gestundeten Beträge gerne zurück und das in der Phase, wo wir doch mit einer großen Inflation auch zu kämpfen haben. Also das sind so die Herausforderungen in dem gesamten Krisen- und Engpassbereich, wo man sich Gedanken machen muss, wie geht es denn weiter. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Ich habe es vorher angesprochen, den Gesamtüberblick zu schaffen in einem Unternehmen, das entsprechend das Controlling aktiviert und daraus mal ganz einfache Tatsachen in den Raum stellen. Also wenn sie auf Dauer keine Gewinne erzielen, dann haben sie schlichtweg mal ein Problem. Ich werde immer wieder beauftragt, in Unternehmen reinzugucken, weil es brennt. Und dann zeigen sie mir mal ihre Zahlen, Daten, Fakten vom aktuellen Monat, vom Vorjahr und von 2020 und davor, dass ich mir mal einen Rückblick verschaffen kann, wie steht es denn im Unternehmen. Und als ausgebildeter Rating-Advisor gucke ich mir dann die verschiedenen Bilanzen und die Zahlen an. Und dann sagen die Autoprimine, es tut mir aber leid, unser Rechnungswesen und unser Steuerberater, Steuerberaterin, die ist noch nicht ganz auf dem Laufenden. Dann sage ich ja, wie ist es denn für den Laufenden? Ja, der 2019er Jahresabschluss, der ist jetzt gerade fertig und 2020 kommt jetzt. Dann sage ich, das ist ja ein betriebswirtschaftlicher Blindflug. Gucken Sie bitte, dass Ihr Rechnungswesen auf dem aktuellen Stand ist. Und wenn es der Steuerberater mit Ihnen nicht hinkriegt, vielleicht wechseln Sie oder machen Sie irgendwas im eigenen Haus, dass Sie entsprechend Ihre Zahlen haben. Also das ist einer meiner Tipps. Schauen Sie, dass Sie hier keinen betriebswirtschaftlichen Blindflug haben. Und wenn Sie dann belastbare Zahlen haben, die Stimmen, dann können Sie sich natürlich auch mit Ihrem Business Case wieder beschäftigen. Was habe ich in der Zukunft vor an Investitionen? Wie sieht meine Produktkalkulation aus, die dann immer auf dem Laufenden ist, wenn Sie aktuelles Material höher einkaufen? Dann müssen Sie das mit ein paar Dateneingaben dann auf dem neuesten Stand haben und Ihre Kostenverrechnungssätze für Ihre Mitarbeiter natürlich auch. Lesen Sie regelmäßig Ihre Gewinn- und Verlustrechnungen und gestalten Sie Ihre finanzielle Führung und überlassen Sie das nicht anderen. Sonst werden Sie von irgendwelchen Banken oder Beteiligungen fremdbestimmt. Also das ist mein Appell, mein Aufruf, das zu machen. Und was mache ich immer kurzfristig? Das war mehr der langfristige Bereich oder mittelfristige, wo ich einfach monatlich mal gucke. Und die Liquiditätsplanung, der Herr Remmele hat es zitiert, ist wie das Blut in unserem Körper. Es muss gesund und störungsfrei fließen. Wenn Sie im Blut einen Tropfen haben, dann kann es ganz schnell zum Handschlag oder zum Herzinfarkt kommen. Und so ist es auch, wenn Sie entsprechende Liquiditätsengpässe haben, dann wird es echt kritisch, weil das ist auch unser einziger Punkt oder die einzige Kennzahl, die der Gesetzgeber vorgegeben hat. Wenn Sie entsprechend Ihrer Zahlung nicht nachkommen können, dann sind Sie aufgefordert, eine Insolvenz anzumelden. Also gucken Sie da drüber regelmäßig und prüfen Sie, ob Sie eine Zahlungsstockung nur haben oder ob Sie schon zahlungsunfähig sind. Und dann, wenn der Bereich eingetreten ist, dann brennt das Lichterloh. Aber auch hier gibt es verschiedene Lösungen, wo ich dann nochmal drauf eingehe. Liquidität, das Kernthema unseres heutigen Webinars. Wir haben hier die Messung von Zahlungsströmen. Das heißt, wir haben regelmäßig hier unsere entsprechenden Einzahlungen. Ich gehe mal ins Bild, dass Sie das auch entsprechend sehen. Hier haben wir auf der unteren Ebene unsere Einzahlungen, ob das jetzt der Monat ist von 3 auf 4 oder der Tag von 3 auf 4. Und da haben Sie entsprechende unter Umständen Ausgaben. Und wenn Sie die Ausgaben hier höher haben wie die Einnahmen, dann brauche ich in Betriebswirtschaft nichts sagen. Dann haben Sie dazwischen einen Kapitalbedarf. Also das sind immer die entsprechenden einfachen Darstellungen. Was passiert denn? Und dann kommen wir auch dazu, wie messe ich das Ganze denn? Also das ist aus meiner Sicht eine wichtigste Steuergröße. Also Sie messen erstmal in den Bestandteilen die Umsatzerlöse und Zahlungen. Jetzt können Sie sagen, ja, ich habe an Forderungen den Betrag X. Nehmen wir mal eine Größenordnung. Sie haben eine Million Forderungen aktuell draußen. Das trage ich mir mal ein für den nächsten Monat. Die werden bis nächsten Monat bezahlt. Dann müssen Sie aber zusätzlich, wenn Sie eine Liquiditätsplanung machen, natürlich sich auch überlegen, zahlen die Leute mit das Konto. Zahlen Sie innerhalb 30 Tagen und wie viel habe ich denn im Mahnverfahren, die aktuell eben nicht zahlen können. Also die kommen nicht alle automatisch in den nächsten 20 Tagen im Schnitt, sondern Sie müssen da sich schon die Arbeit machen und das entsprechend genau erfassen. Dann gibt es noch weitere Untergrößen, auf die gehe ich gar nicht so genau ein, sondern Sie haben in dem anderen Bereich bei den Abflüssen, da wissen Sie ganz genau, wann zu zahlen ist. Also auf der Rechnung steht für Ihr Material, was Sie bezogen haben, wann muss ich denn bezahlen. Dann können Sie, wenn Sie hier ein Problem haben, natürlich schon den Lieferanten anrufen und sagen, könnte man nicht irgendwas verspätet bezahlen, weil ich bei meinen Umsatzerlösen festgestellt habe, ich habe hier ein Problem. Löhne, Gehälter, die Leute arbeiten den ganzen Monat, die erwarten, dass der Lohn am, keine Ahnung, ersten oder am zweiten auf ihrem Konto ist. Dann, die sind relativ zügig, das sind ganz einfach Leasing, Banken und so weiter, Zins- und Tilgungsleistungen, hier die beiden Bereiche, die Miete wird abgebucht. Also das ist sehr einfach zu erfassen, aber auch knüppelhart, weil Sie hier keinen Spielraum haben, da müssen Sie einfach an dem Tag bezahlen. Das können Sie sich überlegen, was Sie mit Ihren Investitionen und Anschaffungen machen, ob Sie in der aktuellen Phase weiter investieren wollen oder ob Sie sagen, oh, wenn ich mir meine Liquiditätsplanung da angucke, dann kann es natürlich auch sein, dass ich hier ein Problem bekomme. Also das sind Dinge. Das Finanzamt, wissen Sie, monatlich die Umsatzsteueranmeldung, und die geht nach dem Ist- oder Sollversteuerung raus. Da haben Sie genau Ihren Termin, da haben Sie Ihren Zahlungsplan und auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch bei der Einkommensteuer Ihre vierteljährlichen oder bei der Gewerbesteuer und so weiter Ihre Termine. Also der Bereich ist relativ einfach zu kontrollen in der Liquiditätsplanung. Bei dem anderen Bereich, da haben Sie Erfahrungen, wer welcher Kunde wann bezahlt, aber da haben Sie aktuell, wenn es in der Wirtschaft anfängt zu brennen, dann haben Sie unter Umständen das Problem, dass der eine oder andere nicht so pünktlich bezahlt, wie Sie sich vorstellen. Und deswegen habe ich Ihnen da mal verschiedene Charts aufgezeichnet. Den oberen hier, das sind die geplanten Ein- und Ausgaben. Und dann sehen Sie, dass wir hier bei den Einnahmen sind. Das passt. Also da sind Sie irgendwo immer auf der beruhigenden Seite und sagen, puh, es kann zwar im Oktober, ob es 2021 oder 2022 ist, Sie haben den Chart jetzt nicht wieder abgeändert. Da passiert Ihnen nichts. Da sind Sie auf der sicheren Seite. Dazu haben Sie ja natürlich auch, nehme ich an, noch irgendwo Luft auf Ihren Kontokurrentkrediten, wo Sie sagen, da kann ich das eine oder andere aussagen. Das Gleiche ist hier. Das ist total linear. Ja, also hier passt es und Ihr Krisenszenario, wo Sie machen mit Best-Case und Worst-Case-Szenario, also wo Sie sich über verschiedene Krisenzyklen und Möglichkeiten Gedanken machen, passt. Wenn Sie in so einem Bereich sind, wo hier reichlich Liquidität reinkommt, also die Einnahmen sind deutlich höher wie die Ausgaben, aber Sie sind immer wieder in so einem Delta, das sind diese Bereiche, wo ich gesagt habe, handelt es sich nur um einen kurzfristigen Bereich, mal um zwei, drei Wochen, den man problemlos überbrücken könnte. Oder haben Sie hier so ein Loch, dass Sie sagen, puh, das ist schon eine Zahlungsstockung. Also hier habe ich Handlungsbedarf. Was tue ich denn hier? Also wenn Ihre Kurven so aussehen, dass Sie ja relativ einfach heute mit einem Controlling-System planen können oder teilweise natürlich auch mit Excel, wenn Sie da fit sind, darstellen können, dann kommen Sie da relativ schnell drauf und überlegen, wenn die Linie, hier die lineare Linie nach unten geht und Sie merken auf Dauer, puh, jetzt habe ich da aber im Jahr 2023 wohl ein massives Problem, dann brauchen Sie weitere Maßnahmen. Da kommen wir jetzt mal drauf. Also was gibt es für verschiedene Möglichkeiten? Also das habe ich gerade schon in ein paar Sätzen vorher beschrieben. Wir haben das Best-Cased und Worst-Cased-Szenarien. Also wie kann es im optimalen Fall laufen oder wo haben Sie unter Umständen ein Problem? Und wenn Sie dann irgendwo sind, wie den Chart hier rechts unten, wo Sie sagen, auf Dauer werde ich ein Loch haben, dann machen Sie sich schon mal Gedanken, was man alles in so ein Sanierungskonzept reinpacken kann. Also hangeln Sie sich da bitte nicht mehr von Tag zu Tag, sondern machen Sie sich schon mal strategisch Gedanken, wie es weitergehen könnte. Ich habe mir angewöhnt, eine ganz provokante Frage in der Beratung zu stellen und sagen, würden Sie heute das gleiche Unternehmen mit der gleichen Struktur am gleichen Standort noch aufbauen? Dann schauen Sie mich die Unternehmerinnen und Unternehmer oft ziemlich fassungslos an und sagen, Primle, ja klar, sage ich, ist das wirklich Ihre Meinung? Also so wie ich die Situation mit der Brille des Außenstehenden sehe, überlegen Sie sich das. Weil wenn das nicht so wäre, dann müssen Sie sich natürlich auch irgendwo geschäftlich neu ausrichten. Also und damit auch mein Hintergrund, Liquidität ist kurzfristig, aber um was zu verändern, brauchen Sie auch für eine Neuausrichtung immer eine angepasste und eine geänderte und neue Strategie. Ich habe mal ein paar Kernanforderungen an so eine Neuausrichtung zusammengefasst. Sie haben erkannt, in der Liquidität stottert es. Und so gehe ich vor, ich überlege mir ganz oben hier als erstes und sage, um was geht es denn, was haben wir denn für einen Umfang und was haben wir denn aktuell für eine Ausgangslage. Und wenn Sie die Ausgangslage überblickt oder selber errechnet haben oder Sie holen sich einen Dritten und sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher, dann kann man das nochmal durchgehen und sagen, was haben wir denn für eine Ausgangslage und was haben wir für ein Risikoprofil und was haben wir auch für Zukunftsmöglichkeiten. Und wenn Sie das dann entsprechend erarbeitet haben, dann kommen wir zu der Analyse und den Ursachen. Sind es externe Probleme, die von außen auf Sie zugetragen wurden, wie jetzt eine Pandemie oder wie ein Lieferantenstopp oder sind es andere Dinge, die ich unter Umständen selber mehr im Griff habe. Dann schauen wir uns das entsprechende Leitbild an, was Sie mal ursprünglich vielleicht im Businessplan als Start-up erarbeitet haben und sagen, auf welchem Weg sind es denn? Wo ist denn Ihr Geschäftsmodell? Dann sagen Sie, was, Strategie? Dann beschreiben Sie die mit eigenen Worten und dann sagen die, ja, sieht so und so aus. Und dann kommt der Maßnahmenplan und der ist eben auch wichtig, wenn Sie in einem Engpass sind, wie wollen Sie denn Ihre Krise bewältigen? Und das geht halt teilweise mit Maßnahmen, die kurzfristig sind und manche langfristig. Und wenn Sie dieses Szenario mit den Maßnahmen haben, dann entwickeln wir daraus eine integrierte Planung, also die Liquiditätsplanung, die Gewinn- und Verlustrechnung und auch daraus abgeleitet die künftige Bilanz, wie das aussehen kann. Und dann haben Sie irgendwo mal an die Kernanforderungen, an der Unternehmensausrichtung entsprechend erarbeitet und können mit einem Maßnahmenplan, mit Verantwortlichen und entsprechend auch mit Zeitrahmen nach und nach das abarbeiten, so dass Ihr Tagesgeschäft nicht massiv gestört wird. Es belastet die Unternehmen sowieso, wenn solche massiven Einschnitte sind, aber daraus muss man einfach mal die Schlüsse ziehen und dann durchs Tal der Tränen durch und dann geht es hoffentlich wieder besser voran. Das habe ich gerade beschrieben. Erstellen es dazu auch die Produktzyklen. Analysieren sich die Branche und die Mitbewerber. Gucken Sie sich Ihre Kunden an. Viele haben ausgesprochen gute Auftragsbücher, aber zu dem, was Sie mal definiert haben, sind es nicht Ihre Wunschkunden. Vielleicht könnten Sie aktuell, wenn Sie einen Materialengpass haben, deutlich mehr Umsatz machen, wenn Sie Ihren Wunschkunden hätten, als jemand, der Ihnen nur gewisse Mengen abkauft, zu Preisen, wo Ihnen jedes Mal die Tränen kommen, aber wohl sagen, ja, dafür lasst ihr meine Maschinen usw. aus. Gucken Sie sich Ihre Mitarbeiter an. Sind die genau diejenigen, die passen? Und wie weit sind Sie mit anderen Sachen, wie zum Beispiel lauter Digitalisierung? Kann man hier noch Ressourcen schaffen? Klar, Liquiditätsengpass ist Thema. Es ist knapp, aber es ist nur dann wieder möglich, auf dem Markt zu bestehen, wenn ich natürlich auch entsprechend zukunftsorientiert mein Unternehmen aus... wenn ich mein Unternehmen entsprechend hier ausrichte. Jetzt habe ich es richtig übergefunden. Das habe ich am Anfang gesagt. Da komme ich eigentlich, oder da habe ich meine langfristigen Aufträge mit. Ich bin da auch in einer größeren Gruppe mit drin, wo man also nicht nur die kleinen Unternehmen als, sage ich mal, Einzelkämpfer berät, sondern wo man auch mit einem Beraterteam von zwölf Leuten kommen können und wo man hier Sanierungskonzepte entsprechend bearbeiten. Das ist aber schon ein relativ großes Thema, wo man eigentlich diesen Zeitrahmen, wo es um Liquiditätsmanagement geht, fast zeitlich übersteigt. Also wo es mir darum geht, dass man einfach mal sagt, um was geht es denn in so einem Sanierungskonzept, dass man einfach künftig wieder seine Rendite und Wettbewerbsfähigkeit erreicht. Also damit wird man auch wieder attraktiv für Fremdkapitalgeber und Eigenkapitalgeber, dass man hier entsprechend auf dem Markt sich so ausrichtet, dass man wieder zukunftsfähig wird. Das gehört dann in ein Sanierungskonzept rein, dass je nachdem, wer es mit anfordert, manchmal auch Fremdkapitalgeber, dass es ein relativ großes und umfangreiches Werk wird. Aber immer mit dem Hintergrund, in der Praxis muss es abgearbeitet werden und dann wird es erfolgreich. Alle Maßnahmen, die wir so erarbeitet haben, orientieren sich natürlich immer wieder auf der Liquiditätssicherung und auf der unmittelbaren Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung. Da besteht, wie ich vorher schon erwähnt habe, natürlich auch ein richtiger Arbeitsaufwand dahinter und einen Zahlungszeitdruck, weil sie wollen die Zahlungsfähigkeit erhalten. Da müssen sie echt aufpassen, welche verschiedenen Gläubiger sie haben und wie sie die im Blick haben. Also ich habe da festgestellt, das habe ich auf einer anderen Folie festgehalten, nicht der am lautesten schreit, kriegt immer als erstes das Geld, sondern gucken sie, dass sie verschiedene Gläubiger, gerade die Sozialkassen, wenn sie denen oder auch das Finanzamt in Bayern, in anderen Bundesländern, sind die ein bisschen handsamer, aber wenn sie denen nicht entsprechend pünktlich bezahlen, dann haben die leider auch andere Durchgriffsmöglichkeiten, ihr Konto zu pfänden oder solche Dinge. Also halten sie Gläubiger immer im Blick, ihre Liquiditätsplanung, bei den ganzen verschiedenen Maßnahmen, die sie einleiten. Also erst muss man mal gucken, dass man sich die Existenz sichert und im zweiten Step, dann wenn das funktioniert hat, dann guckt man diese strategische Neuausrichtung sich an. Also jetzt kommen wir wieder in die Praxis. Was kann man alles machen? Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wenn wir mal die Aktivseite durchgehen. Es sind unter Umständen im Anlagevermögen, Maschinen, Fahrzeuge da, die nicht unbedingt aktuell für die Produktion relevant sind. Können sie stille Reserven auch aufdecken, ohne wenn sie sagen, kann sein, dass sie das in einem halben Jahr oder in drei Jahren wieder braucht, dann kann man das natürlich auch verkaufen und sofort wieder zurückmieten, also im Sale-and-Lease-Back-Verfahren. Wenn sie sowieso ein Problem haben mit ihrer Lieferantenkette, schauen sie, dass sie vielleicht den Warenbestand auch noch reduzieren, die halbfertigen abverkaufen und sagen, somit spare ich mir wieder Liquidität. Es gibt es immer wieder, wenn man so als Externer in ein Unternehmen reinkommt und sagt, was haben sie eigentlich alles für Forderungen. Die sind ja doch teilweise ein halbes Jahr und ein Jahr alt. Ja, der zahlt denn schon. Bitte tun Sie Ihr Mahnwesen aktivieren. Also seien Sie immer nicht so nett zu allen, sondern gucken Sie, dass Sie in Ihrem eigenen Betrieb die Probleme lösen und das hilft Ihnen dann weiter, weil damit Ihre Zahlungsfähigkeit erhöht wird. Wenn Sie noch Kapital in der Schublade oder auf einem anderen Konto haben, können Sie sich natürlich auch Gedanken machen, wie kann es Eigenkapital erhöhen oder gebe ich in Gesellschaft der Darlehen mit Rangrücktritt und fünf Jahren Laufzeit, dann wird es wie Eigenkapital gesehen. Also Sie können auch hier dem Unternehmen natürlich selber was zuschießen. Die Gesellschaft der Darlehen, Mitarbeiter Darlehen sind ähnlich zu sehen wie Eigenkapital. Je nach Gesellschaftsform habe ich das eben aufgeschrieben, Privatunternehmen oder GmbH. Mitarbeiter Darlehen sind eher in einem anderen Bereich üblich, wo Sie so umstrukturieren von Sozialleistungen, wo Sie damit einen Rentenfonds oder solche Dinge aufbauen können. Wenn Ihre Mitarbeiter mitziehen und Sie denen entsprechend das gute Sanierungskonzept vorlegen, dann können Sie auch mal darum bitten und das bitte selber auch vorlegen, einen Gehaltsverzicht zu machen und zu sagen, okay, jetzt gehen wir das Vierteljahr durch das Tal der Tränen, aber dann sind die Arbeitsplätze wieder gesichert. Also auch diese Möglichkeiten gibt es. Jetzt kommen wir in den Bereich Finanzierung. Wir haben ja eine Lücke festgestellt oder vielleicht auch keine. Wer keine hat, der kann sich entspannt zurücklegen. Bei den anderen habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie können wir denn sowas lösen. Also ein ganz Praxisbeispiel. Ich hatte im November eine Anfrage von einem Baumaschinen-Großhändler in Sachsen und der hat fast die komplette Ware aus China bezogen. In China war teilweise kompletter Lockdown und teilweise waren die Lieferketten unterbrochen, weil die Container vom Hafen nicht weggekommen sind. Eigenkapital finanziert das Unternehmen. Seit der Gründung war fünf Jahre am Markt und hat ein richtig gutes Ergebnis erzielt und kommt und sagt, ja, habe ich ein Problem. Dann sage ich, eigentlich ist das ja kein Problem. Dann sage ich, geh ins zu Ihrer Hausbank und wenn nicht, dann begleite ich Sie oder man macht eine Zoom-Konferenz zu denen und dann erklärt man Ihnen, was es geht. Also die örtliche Sparkasse, bei der man relativ große Guthaben über die Jahre hatte, die haben gesagt, Betriebsmittel, nein, machen wir nicht. Also haben wir mal gucken müssen und sagen, was haben wir denn für verschiedene Möglichkeiten, in dem Fall von der Außenfinanzierung. Geld von ihm war nicht mehr möglich. Also dann war eine GmbH, sagte, ich habe meine entsprechenden Gewinne, habe ich in der Firma zum größten Teil belassen, trotz ausgewiesenem Gewinn im Jahr 2020 von 330.000 Euro, hat sich der Unternehmer 5.000 Euro brutto entnommen. Also wirklich hier immer geguckt, selbstfinanziert einbehaltene Gewinne und habe gesagt, wir müssen hier mal auf den Markt gehen und sagen, was gibt es denn hier für verschiedene Möglichkeiten. Und so haben wir es dann mal gemacht und haben einfach bei ihm mal durchleuchtet und gesagt, eigentlich hat er hier keine Möglichkeiten mit Sale und Lease-Bag. Der hat bei seinen Maschinen, die er hat, war Handelsware relativ kurz, nur auf dem Hof. Also ist das ausgeschieden. Und dann hat er gesagt, ich bräuchte eigentlich mehr Maschinen jetzt, weil die Bestellungen sind eigentlich da, aber das ist unterbrochen von China. Also ist auch Leasing ausgefallen und der Mietkauf bei ihm ausgefallen. Also sind wir bei ihm in der Möglichkeit und haben gesagt, wir müssen hier einen Finanzierungsmix aufbauen. Auf der einen Seite eine Einkaufsfinanzierung, die haben wir mit der Gefa-Bank in Wuppertal hinbekommen. Die machen fast nur Einkaufsfinanzierungen und eben genau auch Landmaschinen, Baumaschinen und solchen Sachen, da sind die richtig stark. Dann haben wir weiter aufgebaut. Hier oben habe ich unseren lieben Staat dargestellt mit unserem wunderbaren Adler und haben gesagt, okay, wir sind, einen Moment, wir sind immer noch hier. Entschuldigung, ich gehe gleich weiter. Also wir waren bei der Einkaufsfinanzierung. Beteiligung ist zu langwierig. Das heißt, in Bayern zum Beispiel die Bay-BG, die man gerne ins Boot holt, wäre eine weitere Finanzierungsmöglichkeit bei dem Fall gewesen. Und dann sind wir, wie ich erwähnt habe, über den Förderdarlehen-Schnellkredit, weil das in der Zeit eben möglich war, da haben wir 250.000 Euro Darlehen bekommen. Nachdem die Hausbank Sparkasse gesagt hat, Betriebsmittel wollen wir nicht, dann haben wir uns verabschiedet und haben dann versucht, über weitere Partner was aufzubauen. Also in dem Fall war es denn die Commerzbank, die auch gleichzeitig noch, die unterscheiden jetzt nicht zwischen einem kleinen Unternehmen und einem Mittelstand oder einem großen Mittelstand, sondern die wollten dann auch noch einen kleinen Businessplan von ihm haben und eine Planung für drei Jahre und so weiter. Das konnten wir ihnen alles liefern und dann haben gesagt, okay, wir machen diese Schnelldarlehen und geben einen ordentlichen Kontokurrentkredit auf Blanco-Basis. Und dann haben wir die Deutsche Bank auch noch mit im Boot gehabt. Das kam auch über meine Kontakte zustande und dann ging das immer zwischen beiden hin und her und dann hat die Deutsche Bank gesagt, also wenn die Commerzbank eine Zusage macht, dann machen wir auch. Dann hat gesagt, die Commerzbank, also die Deutsche Bank ist ja der größte Partner in Deutschland, wenn die die Zusage, also so ging das ein paar Mal hin und her und irgendwann hat man die in einem Boot gehabt und dann hat man einen Finanzierungsmix gemacht von genau Schnellkredit von der KfW, eine Einkaufsfinanzierung oder die GFA und dann haben wir noch zwei neue Banken mit dem Boot gehabt, die dann auch künftig den Zahlungsverkehr abwickeln und so hatte ich dann auch einen zufriedenen Kunden. Also so habe ich Ihnen mal auch andere Finanzierungspartner, wenn Ihnen die Hausbank sagt, also jetzt kann ich es mir aktuell nicht vorstellen, dann gibt es auch immer wieder Partner, die vielleicht anders ticken und zu dem Geschäft, was sie aktuell machen, auch besser passen. Also den Bereich, den haben wir ja schon lange, den kennen wir von der Bank. Also ich sage immer Anlagevermögen gehört Häuser, Grundstücke, Immobilien, Gewerbehallen und so weiter. Das gehört klassisch über Darlehen finanziert und alles, was im Umlaufvermögen ist, das gehört über Leasing. Das habe ich hier in der Mitte eingebaut, finanziert und dann gibt es aber auch noch weitere Partner, die man sich auch nach und nach entsprechend zuschalten kann, die vernünftig sind. Ich habe vorher die Gefa Bank mit einer Einkaufsfinanzierung erwähnt. Es gibt den Sale and Lease Back. Das sind nur Beispiele. Also ich kriege von niemandem hier eine Provision und mache auch für niemanden eine Reklame, von denen ich habe einfach nur mal ein paar Namen dazu geschrieben, die mir so spontan eingefallen sind. Dann gibt es die Maturos oder die Rite AG im Sale and Lease Back Verfahren. Und wie vorher erwähnt, wenn sie eine Beteiligung brauchen, ticken etwas anders die klassischen stillen Beteiligungen wie Banken. Die wollen einfach, also neben eine Beteiligung, nicht immer wie bei der Montagssendung Hülle der Löwen, sondern nehmen es dazu, die klassische Beibegeh, die redet Ihnen ins Geschäft nicht rein. Die wollen ihren Betriebswirtschaften Zahlen sehen, den Jahresabschluss zeitnah und dann kriegen sie einen Anruf und sagt, bitte machen es weiter so. Prima, passt. Family Office ist in der Regel, je nachdem, wie die ausgerichtet sind, auch eine Möglichkeit ranzukommen oder irgendwelche Partnerfonds. Es gibt teilweise entsprechend diese Private Equity, die Ihnen aber dann auch ordentlich mit ins Geschäft sprechen wollen. Und da halt eben manchmal diese Möglichkeit, über klassische Darlehen leichter ranzukommen oder über so eine halbstaatliche Organisation wie die Beibegeh. Da haben Sie mehr Möglichkeiten und sind noch selber Herr Ihres Unternehmens. Dann gibt es natürlich auch klassische KK-Kredite, die relativ einfach und schnell zu regeln sind oder sofort Kredite mit unterschiedlichen Bereichen wie FinComfair oder auch Darlehen mit Smart Access, die aktuell am Markt gehen, in dem Bereich Gründung oder Jungunternehmen, weil die äußerst schwierig zum Finanzieren sind. Oktober habe ich ja erwähnt. Das ist ein französischer Partner. Wir haben uns vor fünf Wochen in München mal persönlich kennengelernt, die es seit zwei, drei Jahren auf dem Markt gibt. Also es gibt eine ganze Menge verschiedener Player. Und wer hier aus Schwaben oder dem Allgäu oder so kommt, der merkt, hier gibt es ja die klassische Sparkasse und Genossenschaftsbank vor Ort und die anderen Bankenlandschaft ist ausgedünnt. Also es gibt in diesem Fintech-Bereich doch noch entsprechend ganz viele, wo Sie vielleicht dann eine Alternative zu Ihren bisherigen Finanzierungsmöglichkeiten finden. Kommen wir zu dem klassischen Hausbankgespräch. Da gilt es auch immer zu sagen, wann gehe ich denn oder wann gibt es denn Gesprächsbedarf. Oft kommt der Firmen- oder Gewerbekundenberater direkt auf Sie zu und sagt, wir haben unser klassisches Jahresgespräch hier und dann kommt die Bilanz, haben Sie entsprechend eingereicht, es ist ausgewertet und dann kriegt es ein Rating dazu und dann wird das entsprechend besprochen. Wenn Sie angerufen werden, weil es hier auf Ihrem Konto brennt und das Künzscher Rücklassschriften, dann läuft dieses Gespräch anders ab, als wenn Sie eine aktuelle Neuinvestition planen. Weil hier haben die Banken in der Zwischenzeit ihre entsprechenden Spezialabteilungen, wo Sie plötzlich in der Kreditkonsulting bei den Sparkassen landen oder in anderen Bereichen, wo plötzlich jemand anders für Sie verantwortlich ist. Also das ist ein ganz wichtiger Bereich, dass Sie sich entsprechend auf das Thema vorbereiten und auch den Banken entsprechend für das Bankgespräch Unterlagen zur Verfügung stellen. Also da hapert es auch manchmal, da kommt man etwas unbedarft ins Bankgespräch und dann fragen die, wie sind denn Ihre Kreditoren, Debitoren, der Kontostand, was haben Sie denn in der Umsatzpipeline drin und so weiter. Und dann fängt der Unternehmer an und sagt, man weiß jetzt aktuell nicht alles auswendig. Und das sind Ihre paar Zahlen, die müssen Sie einfach Tag und Nacht, wenn man sie irgendwo weckt, und dann müssen Sie Ihre fünf Kennzahlen, die müssen es einfach auswendig drauf haben. Machen Sie das offen und ehrlich, das Ganze immer im Bankgespräch, tun Sie das entsprechend planen. Das haben wir vorher besprochen mit dem Controlling und sagen, ich bin in der und der Situation. Und wenn Sie das dann auch entsprechend mit dem Szenarioplan belegen können, dann sagen die Banken, wow, der hat es betriebswirtschaftlich drauf. Wir wissen, das ist ein gutes Unternehmen. Dann sind Sie auch entsprechend vorbereitet und Ihr Part gegenüber ist auch vorbereitet. Und dann weiß man, man hat eine Stunde oder man nimmt sich sogar zwei Stunden und dann kommt auch bei diesen entsprechenden oder bei diesen geplanten Gesprächen auch entsprechende Lösungen raus. Also das sollte ja auch ein regelmäßiger Kommunikationsprozess sein. Auch bei diesen Fintech-Banken, die Sie heute auf dem Markt finden, haben Sie in der Regel trotzdem einen Ansprechpartner. Aber da läuft es halt wie bei uns heute. Und deswegen haben Sie sich ja eingeschalten, weil Sie auch digital affin sind über eine Zoom-Konferenz oder Microsoft Teams oder irgendwas. Also das Gleiche bei Fintech-Banken und dann passt es. Eine ganz andere, einen Moment, wieder zurück. Das war eben das Bankgespräch, was ich nach wie vor für wichtig erscheine. Und wenn ich auch weiß, wie meine Banken ticken, wie in dem Fall von dem Unternehmen in Sachsen, dann brauche ich auch, wenn es mal brennt, nicht mehr Anfragen, weil dann weiß ich, die wollen mich nicht oder die machen das nicht oder das passt zu denen nicht, dann ist es auch okay. Da habe ich mal, das ist jetzt eineinhalb Jahre her, ich berate ja auch immer wieder in entsprechenden schwierigen Restrukturierungsphasen. Und da als eine Idee, schließen Sie sich unter Umständen, wenn Sie erkennen auf dem Markt, die Frage, würde ich heute noch da gründen mit der gleichen Strategie und den leichten Produkten, dann kommt es unter Umständen zu dem Ergebnis, dass es mit einem weiteren Partner sinnvoll wäre. Also es gibt eine Fusion und das hat auch weitere Synergieeffekte, es hat Einsparpotenzial und so weiter. Und Sie brauchen aber hier eine Weile, bis Sie den richtigen Partner finden und merken dann erst im Tagesgeschäft, ob Sie auch richtig zusammenpassen. Also ein aufwendiger Prozess, weil Sie ja unter Umständen die komplette Firma kaufen, also ob Sie Teile hier nur übergeben, also Share-Deal oder Asset-Deal, da stellt sich dann die Frage, was besser wird. Aber ich halte diese Art der Unternehmensneuausrichtung und Neuausrichtung mit einem weiteren starken Partner oft für sinnvoll und wird aber irgendwo oft vergessen, weil jeder versucht, das selbstständig hinzukriegen und wenn dann unter Umständen doch irgendein Insolvenzverwalter kommen muss oder kann oder wie auch immer, wenn Sie eine selbstgesteuerte Insolvenz machen in Eigenverwaltung, dann suchen Sie in der Regel auch einen weiteren Partner und plötzlich geht es dann und Sie haben aber hier mehr Möglichkeiten zu verhandeln und entsprechend auch weiter unter Umständen in der Geschäftsleitung zu sein. Also somit haben Sie Synergieeffekte und halten nach Möglichkeit auch Ihre Partner. Fassen wir zusammen, mir hat man signalisiert, 45 bis 50 Minuten, 47 Minuten haben wir jetzt soweit besprochen, 11.47 Uhr, also fassen wir einfach nochmal zusammen, bitte machen Sie sich immer einen Liquiditätsplan, also das kam jetzt, glaube ich, wirklich rüber, dass das das Entscheidende ist, dass man hier die Zahlungsfähigkeit erhält. Arbeiten Sie die einzelnen Teilbereiche auch durch, gucken Sie sich das Gesamte an, was ich Ihnen als Schaubild mal hier mitgegeben habe, schauen Sie sich den gesamten Weltmarkt an und sagen, ich bin in der und der Nische und der an der Ecke und dann arbeiten Sie Ihre einzelnen Teilbereiche durch, wenden Sie sich an das Erstgespräch, den Herrn Remmele, den Herrn Wager, die Frau Breuer, mit denen ich schon seit, glaube ich, 15 Jahren richtig gut zusammenarbeite bei der IHK oder wenn Sie sagen, es brennt oder natürlich ist es den Beratern auch viel lieber, wenn es noch nicht so brennt, dann kommen Sie zu einem spezialisierten Unternehmensberater, der Sie erst mal mit neutralen und auch ohne großen Emotionen berät und nochmal drüber guckt und sagt, jawohl, hier haben wir die und die und die Möglichkeiten und wir analysieren in Ruhe und setzen einen Maßnahmenplan auf und dann schaut man, dass man hier wieder, wie auf einer dieser Charts dargestellt, interessant wird für Ihre Gesellschafter, für Ihre Fremdkapitalgeber und so weiter. Also das ist so die Zusammenfassung, dass Liquidität im Unternehmen ist das Blut wie in unserem Körper, es soll gesund und störungsfrei fließen. So, das war meine Präsentation und jetzt kommen wir zu den hoffentlich vielen interessanten Fragen, weil wir wollen ja aus der Praxis was berichten und Ihnen Antworten auf Ihre Herausforderungen geben und dann darf ich schon mal einen Schluck aus meinem Glas nehmen und bitte den Herrn Remmele mit mir die verschiedenen Fragen zu stellen, zu beantworten, versuche sie ich dann. Ja, vielen Dank, Herr Briemle für den interessanten Abriss durch das schwierige Thema. Letzten Endes geht es am Ende darum, ja, man muss individuell an das Thema heranschauen, Liquiditätsplan machen und einfach Alternativen suchen. Uns ging es hier ja darum, einfach mal Anregungen zu bringen, Ihnen Anregungen zu geben, wie können Sie an das Thema herangehen. Es kamen auch Fragen im Chat, auch jetzt kurzfristig noch und zwar, jetzt fange ich mal mit einer an, welche Controlling-Systeme außer Excel können Sie empfehlen? Also, wo ich ganz gern mit zusammenarbeite, ist das Programm 1, 2, 3 geplant. Hier ist es auch, sagen wir mal, vom Aufwand her überschaubar und die Problematik haben wir, dass die meisten Planungstools mit der Liquiditätsplanung für Konzerne aufgebaut ist, für große Mittelständler, aber der einzelne Kleinunternehmer kann mit denen in der Regel nichts anfangen, weil sie wahnsinnig aufwendig sind, die Dateneingabe zu machen und auf der anderen Seite auch noch relativ teuer sind in der Anwendung und da sollte man natürlich die Daten auch dann von dem Steuerberater mit rüberbringen. Wenn da jemand mit angebunden ist, dann kann man natürlich hier seine Planzahlen auch mit erfassen und dann kommen die automatisch aus dem DATEV-Programm mit raus. Also das sind so zwei Alternativen, die ich aktuell mit aufzeigen würde. Ja, vielen Dank, Herr Brimle. Ein Thema geht natürlich um das aktuelle Thema Lieferkettenproblematik, Ukraine, Fachkräftemangel, zum Thema Fortführungsprognose unter den jetzigen unsicheren Bedingungen. Wie realistisch, wie zuverlässig sind derartige Prognosen? Können Sie da einen Satz dazu sagen? Ich meine, also das kommt immer auf den Einzelfall darauf an, mit wie vielen Komponenten und mit wie vielen, sage ich mal, Varianten man rangeht. Also je nach Zahlenmaterial gibt es auch eine bessere oder Zahlenmaterialgrundlage gibt es natürlich auch eine bessere Auswertung. Also es hat sich gezeigt, dass man schon Controllingzahlen erarbeitet hat, die zu schade waren oder die es nicht wert waren, weiterverfolgt zu werden, die haben wir ganz einfach in die Tonne getreten. Das ist so. Aber der Vorteil ist, ob die jetzt so aussagekräftig sind, man beschäftigt sich mit dem Thema und weiß, was kommen kann. Also ob das Szenario jetzt sich in die oder in jene Richtung entwickelt, aber wenn ich mal ein Best-Case und ein Worst-Case-Szenario habe, dann habe ich mich damit beschäftigt und habe mir Gedanken zu den Maßnahmen gemacht. Also das sind meiner Meinung nach die Vorteile, die man sehen muss und nicht immer nur die genaue Planungsschärfe. Das haben Sie richtig gesagt. Ich sehe das ganz genauso. Man muss sich mit dem Thema auch jetzt befassen, auch wenn es schwierig ist, hier überhaupt eine wirklich verlässliche Prognose zu machen. Aber wir können nicht, wir müssen einfach an das Thema rangehen, verschiedene Szenarien planen. Letzten Endes dann noch ein Thema. Ja, das ist so, wie sehen Sie das Thema? Globalisierung, zurück in die Heimat holen, die Lieferketten, die Produktionsstrukturen, wird es so eine komplett wieder zurück in die Heimat gehen oder bleibt so ein Balance zwischen Globalisierung und Lokalisierung? Das war jetzt so eine Frage, wie Sie einfach die Einschätzung jetzt sehen. Also meine Einschätzung, ich habe so ein aktuell in Grumbach ein Metallverarbeiter mit 50 Leuten, der immer in dem Wettbewerb stand mit Osteuropa und Asien. Der hat massiv viel zu tun, weil er einfach vor Ort liefern kann, kurze Wege hier in der Region Schwaben. Und das glaube ich schon auch, dass man mit dem Digitaldruck das eine oder andere anders lösen werden, ohne menschlichen Einsatz, dass hier auch die Digitalisierung weitergeht, dass wir also die Werkbank wieder zurück zu unserem Standort holen, aber auf der anderen Seite werden wir auch personalintensive Produkte weiterhin in Asien oder in Afrika, sehe ich künftig als Arbeitsmarkt schon im Kommen, dass man auch das ein oder andere in Afrika produzieren lässt. Also es wird immer von Branche zu Branche eine Abwägung geben zwischen Standort Deutschland und weltweiten Standort. Okay, danke. Ja, Thema Insolvenz. Wann ist eine Insolvenzanmeldung angeraten? Kann man da das in ein, zwei Sätzen sagen? Dazu würde ich immer empfehlen, erstmal einen Fachanwalt für Insolvenz zu kontaktieren. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten heute über die Starook, also das ist ein relativ neues, erst seit 15 Monaten auf dem Markt, also eine freie Sanierung, teilweise mit dem Schutzmantel von unserem Staat. Dann gibt es die Eigenverwaltung in Insolvenz und das klassische Regelverfahren und da würde ich mich erstmal beraten lassen, wie, welche Möglichkeiten es in der Sanierung gibt und da gibt es auch in Landsberg zum Beispiel, der ist da deutschlandweit unterwegs, eine Kanzlei oder einen Unternehmensberater in der Eigenverwaltung, der das sehr erfolgreich das macht, zusammen eben mit Juristen. Also hier nicht einfach zu sagen, hoch, jetzt brennt es, jetzt habe ich die drei Wochen Anmeldefrist, die man teilweise auch bei Corona ausgesetzt hat, von meiner Zahlungsunfähigkeit überschritten und jetzt muss ich auf jeden Fall zum Insolvenzgericht, hier ein paar Straßen weiter ins Amtsgericht nach Augsburg oder nach Kempten gehen. Bitte lassen sich vorher beraten und machen es da keine Hektik oder irgendwas, sondern das Entscheidende ist auch in der Insolvenz, wie man das vorbereitet, also freie Sanierung habe ich kurz beschrieben und dann die verschiedenen gesetzlichen Möglichkeiten und bitte keine Hektik und lassen sich in Ruhe das durch den Kopf gehen, welchen Schritt der genau für Sie passende ist. Gute Aussage, auch so eine Insolvenz oder in der Krise nicht mit Hektik rangehen, finde ich absolut okay, sondern strategisch dennoch vorgehen. Überlegen, welches Möglichkeit passt am besten. Genau, man hat schon manchmal so einen Schritt dann hinterher aufbereit. Also Montagnachmittag werden die meisten Insolvenzen angemeldet, am Wochenende kann man nicht mehr schlafen und dann am Montag geht man nochmal ins Büro und Uhrzeitmäßig laut Statistik Montagnachmittag haben die am meisten zu tun und das muss überhaupt nicht sein. Eine Insolvenzanmeldung ja, aber nur dann finde ich sie richtig sinnvoll, wenn es dann auch eine Zukunft für die Firma geht und nicht nur eine Zerschlagung, was ja über viele Jahre so üblich war, aber in der Zwischenzeit sind wir doch mehr in der Insolvenz, dass man auch entsprechend die Unternehmen sanieren und weiter fortführen kann. Dann noch eine Frage, haben Sie Ihr Unternehmen am 1.5. gegründet? Ja. Hat ein Teilnehmer gesehen, war mir nicht bewusst, er fragt, gibt es einen betrittswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Grund, sein Unternehmen am 1.5. zu gründen? Da gibt es keinen Grund. Also Sie werden genauso erfolgreich am 1.6. oder am 1.1. Also das hat sich durch Zufall so ergeben. Sie waren einfach startklar für den Markt, würde ich mal sagen. Also geplant, wie oft so bei Startups, war eigentlich erst der Vorder. Also ich habe nur einen Monat Verzögerung gehabt, also von dem her, gibt es gibt es ja oft, also zu mir kommen immer wieder Startups, die sagen, man wollen es nicht gründen, ja in vier Wochen oder so, dann sage ich, gucken wir uns mal in Ruhe an, ich würde mal sagen in einem Vierteljahr, also die Ambitionen sind da oft viel größer, wie man es denn tatsächlich umsetzen kann. Ja, das waren jetzt alle Fragen, wenn ich jetzt keine übersehen habe, ich hoffe, ich habe alle durch. Vielen Dank, Herr Briemle, für die Beantwortung der Fragen und den interessanten Vortrag, da sind wir auch schon am Ende und vielen Dank Ihnen, liebe Teilnehmer, wie gesagt, wenn Sie Fragen haben zu dem ganzen Thema betriebswirtschaftliche Fragen, Finanzierung, Krise, auch Unternehmensnachfolge oder auch Gründung, wir haben ja gesehen, es geht auch um die Gründung, wenden Sie sich gerne an uns, wenden Sie sich an Herrn Briemle oder auch an andere Unternehmensberater, Beraterin, ganz gerne und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Unternehmungen und wir sehen uns vielleicht bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.